Servus zusammen, willkommen zurück auf der Rennstrecke, willkommen zurück bei der Motorsporteur in der Oschersleben, willkommen bei den Hafnega-Renntrainings. Wir machen wieder eine Vorstellungsrunde, diesmal aber nicht von einer Person, sondern von einer Yamaha R1 RN65 und zwar, wie unschwer zu erkennen, nicht im Originalzustand, sondern komplett ready to race. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, Yamaha R1 RN65, somit das aktuelle Modell. Wie unschwer zu erkennen, haben wir als allererstes eine Rennverkleidung dran und zwar in Vollcarbon, natürlich um dementsprechend noch ein bisschen mehr Gewicht zu sparen. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir vorne an. Straßenreifel haben wir nicht mehr, sondern einen Slick drauf. Originale Bremsscheiben ausreichend. Natürlich kann man hier auch immer noch und noch und noch mehr investieren, aber die originalen Scheiben sind schon nicht schlecht. Auch die originalen Felgen sind gewichtstechnisch absolut im Soll, genauso wie die Bremssättel. Ihr seht schon, um so ein bisschen Kühlung reinzubekommen in die Bremsanlage, gibt es hier noch so schöne Verspoilerungen, damit die Luft noch etwas mehr in die Bremssättel geleitet wird, auf die Bremsscheibe. Und dann ist hier, wo originalerweise aus dem ABS-Block die Bremsleitung kommt, natürlich kein ABS-System mehr aktiv, sondern wir haben eine Stahlflexleitung verbaut, die auch schon Serie mit drin sind und eine Brembo Bremspunkte letztendlich zum Verzögern. Dann interessanterweise kommen wir vorne einmal dran, denn wir haben nicht das originale Dashboard drin, sondern ein Zubehör-Dashboard, was es uns ermöglicht, noch mehr Daten zu loggen, diese dann auszulesen, GPS-Daten, um somit noch mehr für die Analyse der runden Zeiten, der Fahrtechnik-Analyse letztendlich hier rauszuziehen. Man kann das Ganze auch noch erweitern, indem man halt diverse Fahrwerkssensoren anschließt und anlernt. Somit hätte man dann halt das Full-Package mit drin. Dann geht es natürlich weiter, Öhlins-Cartridge verbaut. Wie so oft, original ist gut. Zubehör, gerade Öhlins, funktioniert dann eben halt noch den Ticken besser und für die perfekte Ergonomie andere Kupplung, andere Bremshebel, Lenkerstummel, die natürlich schön verstellbar sind. Genauso da für die Ergonomie wichtig, Zubehör-Fußrastenanlagen, wo man halt einfach im Vergleich zu den originalen Rastenanlagen die Möglichkeit hat, die verschiedenen Positionen letztendlich einzustellen, mal ein bisschen zu variieren, ein bisschen höher, ein bisschen weiter nach hinten oder auch nach vorne oder nach unten. Und dann halt dementsprechend Fußrasten für den optimalen Grip, die eben nicht klappbar sind, sondern starr. Dann haben wir ein paar Schoner mit dabei. Fängt vorne an, an der Achse. Dann haben wir komplette Motorrad mit Motordeckelschonern und auch hier noch mit einem Achsschoner bzw. einem Schwingenschoner dementsprechend versehen. Und sturztechnisch ist es da auch immer wichtig, ein bisschen vorbereitet zu sein. Natürlich sehen diese Schaltereinheiten, die wir links und rechts am Lenker sehen, sehr, sehr schick aus. Aber auch im Falle eines Sturzes halten diese halt einfach, weil sie halt aus gefrästem Material sind, deutlich länger wie die Plastikbauteile. Das ist dahingehend einfach deutlich sinniger für die Rennstrecke, genauso wie das Entfernen des Zündschloss. Ja, wir sparen uns nicht nur Kabelage, wir sparen uns nicht nur Gewicht, sondern auch rein technisch gesehen ist das Ganze halt einfach viel sauberer verbaut, weil dementsprechend die Wegfahrsperre einfach weg ist und somit auf Knopfdruck das Motorrad hier bereit steht zum Starten. Zubehörtankdecke ohne Zündschloss, erklärt es glaube ich auch von selbst, wenn wir kein Zündschloss oder kein Schlüssel mehr zum Starten brauchen, dann entfällt das Ganze hier auch bei der Tankaktion. Weiter hinten findet sich dann logischerweise passend zum Cartridge der Öhlins Dämpfer, TTX-Dämpfer hier verbaut. Auch da ist man halt einfach viel freier in seiner Abstimmungsarbeit, man kann viel feiner das Ganze einstellen, nicht nur in der Vorspannung, sehr sehr einfach, sondern auch in der Länge, wie auch schon das originale Federbein. Zugdruckstufenverstellung erklärt es glaube ich für die Insider von euch ein bisschen von selbst. Auch die Feder ist relativ schnell gewechselt. Das Übersetzungspaket, was wir hier zur Linken sehen, ist natürlich auch nicht das originale Kette, 520er Teilung, kürzeres Ritzel, kürzere Kettenräder hinten und dementsprechend sehen wir auch schon, um das Ganze in der Länge ein bisschen besser einzustellen, gerade wenn man mit den Übersetzungen ein bisschen spielt, auch andere Kettenspanner und auf der anderen Seite sehen wir dann auch eine Schnellwechselanlage, weil das Hinterrad wird natürlich öfter mal getauscht. Das Ganze soll vielleicht auch mal schnell vonstatten gehen, wenn es mal eben anfängt zu regnen, um da mal schnell zu wechseln oder einen frischen Slick reinzumachen, dann ist das Ganze halt noch um ein Vielfaches einfacher. Zu dem, was man jetzt nicht sieht, innen drin, die Original-Elektronik wurde geflasht, um die Auspuffanlage, die verbaut ist, in dem Fall hier von Akrapovic, Komplettanlage, dementsprechend abzustimmen und das Ganze hier außerhalb der Zulassungsnormen, logischerweise, weil wir befinden uns auf der Rennstrecke, da kann das Motorrad gesund atmen und nicht so zugeschnürt wie letztendlich auf der Straße. Zudem hat man durch die Abstimmung der Kittelektronik, beziehungsweise der geflashten Elektronik hier in diesem Fall die Möglichkeit, Traktionskontrolle, Motorbremse etc. pp. alles viel feiner, viel genauer abzustimmen, sich dort ein bisschen mehr mit der Abstimmung noch auseinandersetzen zu können und am Ende des Tages das auf seine persönlichen Bedürfnisse abzustimmen. Was wir dann hier auch noch haben für die Abstimmungsarbeit, beziehungsweise für einen gesunden Lauf des Motors ist der große H2O-Kühler, um letztendlich bei den harten Bedingungen, die das Motorrad hier doch erleiden muss, es ist ja dafür ausgelegt, aber dass da temperaturtechnisch auch einfach nichts anbremt. Ich sehe hier oben noch einen Lenkungstämpfer verbaut, anstatt des original elektronischen, auch aus dem Hause Öhlins. Und ja, das soweit einmal kurz und knapp erläutert, was ist so alles hier an dem umgebauten Motorrad von Matthias Hoppe, von unserem Fahrer aus der GermanMotoMasters, letztendlich alles so zu sehen gibt. Spannendes Thema, wenn es euch weiter interessiert, was man alles so an einem Motorrad machen kann, was das Ganze kostet, dann gerne mal bei borny.eu melden und bis dahin freuen wir uns erstmal auf den guten Mann hier in der Startaufstellung. Jetzt stellt es die Frage, welches Renntraining ist für dich das Richtige? Wir haben verschiedenste Rennstrecken im Programm und natürlich auch verschiedene Eventcharaktere. GermanMotoMasters Events, ja, Rennsport ist natürlich auch für schon sehr, sehr schnelle Fahrer geeignet, aber auch für Einsteiger haben wir natürlich genug im Programm. Von der Ruki-Schule, Gruppeninstruktionen, normales freies Fahren, ja, einfach mal auf der Homepage informieren, wenn Fragen aufkommen, gerne bei uns melden und sonst zählt grundsätzlich der Leitsatz, wer schon sportlich und sicher Motorrad fährt, der kann auch ganz normal an einem normalen Renntraining teilnehmen, denn letztendlich haben wir hier eine abgesperrte Strecke ohne Vorfahrt, ohne Ampeln, mit perfekten Streckenbedingungen und einer schönen breiten Straße. Von daher freuen wir uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn Fragen aufkommen, melde dich, wie gesagt, gerne und ich sage, bis bald.